Also offensichtlich fand ich war sichtbar, dass du das schon gespielt hast und wir nicht Wobei das ein bisschen glücklich war Ich hätte nicht darauf geachtet, dass du auch die gleiche Kombination hattest Aber es gibt schon ein paar Kombinationen die schnell Punkte bringen Vor allem diese Sammeldinger, da wo du irgendwie einen Punkt pro kriegst, das bringt zwar Punkte, aber eben nicht so richtig Du musst irgendwelche Kombis haben, die dann pro Kombi 8 oder 10 bringen Waren die Karten denn jetzt gleichmäßig verteilt? Also ich fand Paprika irgendwie nicht wirklich Gleichmäßig Also grundsätzlich hat es ja nur was damit zu tun wie viele Karten als Wertungskarten genommen werden Ich habe es nicht durchgezählt Es werden gleichmäßig Karten rausgenommen Die sind jetzt nicht mit dem Spiel Welche Wertungskarten dadurch wegfallen das kann ich natürlich nicht sagen Okay Ich fand jetzt waren wenig Paprika Ja, aber ich glaube, weil wir alle drei Paprika gesammelt haben Das fiel das so auf Ja, das denke ich auch Weil Paprika als Anzahl ist genauso oft drin wie jedes andere Gemüse Okay Ja, also ich spiele das immer mal wieder gerne Das ist ja Fluffy Fecke spielt Und wie viele Spieler ist das? Bis sechs, ne? Das ist glaube ich Das ist auch lustiger, je mehr du bist irgendwie Wie gesagt, kommen jetzt noch mal 36 Karten mehr ins Spiel Das ist natürlich eins von den Spielen, wo die Wertung bald länger dauert als das Spiel So wie bei Wie heißt denn das mit dem Fantastische Reiche Ja Wo da auch irgendwie das Spiel ist relativ Und dann fängst du an Linksrum drei und plus minus vier Und das finde ich noch einfacher zu werten Als Fantastische Reiche Also hier finde ich Muss man gut gucken Dass man eine ausgewogene Anzahl an Wertungskarten hat Du hast ja unfassbar viele Karten gehabt Und hast dafür wenig Punkte gekriegt Also die haben glaube ich Ein paar Wertungskarten gefehlt Ja Nee, aber sonst funktioniert das gut Und ist auch wieder eins mit einem relativ kleinen Packmaß Wenn man jetzt diese große Packung hier haben will Da ist also nicht wirklich was verschwendet Es gibt Nachfolger Stadtsalat Den habe ich aber noch nicht gespielt Ist glaube ich ein bisschen komplexer angelegt Ich meine Auch so vom Tischbedarf ist es ja nett Viele von den kleinen Spielen brauchen extrem viel Tisch Das brauchst du auch nicht Also ist auch wirklich ein Reisespiel Gefällt mir gut Einzig ist es ein bisschen windempfindlich Natürlich Das muss man in Kauf nehmen Ja Ja, mir hat es gefallen Ja Ganz spaßig Ja Ich hole der Glück jetzt drauf Achso, da komme ich nicht dran Ja Ja